Ein Großmorder vorbeigehauen. Oh fuck, hab schon einen Schuss abgekriegt. Das war verdammt knapp. Oh, da sind welche auf dem Turm. Nein, nicht mich! Nicht mich, ihr Idioten! Oh, das war knapp. Hast du das gesehen? Ja? Was war das? Was war das? Wenn du dann wieder Prestige machst, dauert es wieder ewig, bis du wieder hin kommst. Aber du müsstest ja nicht Prestige machen, du kannst ja immer weiter... ...geld verdienen, dir die besten Waffen kaufen. Aber dann hast du halt nicht die schöne Plakette. Ja. Ey, da stehen jetzt zwei Heils da oben, das gibt es so nicht. Das ist... Die haben sich gedacht, eine reicht für dich nicht mehr. Ja. Hier unten sind so Supply-Boxen. Ach da. Ja. Was? Wo ist er? Hier. Was ist das? Stillwater? Ja. Oh! An Großmutter vorbeigehauen. Sie war dünner als ich dachte. Ja. Die Katze dich nicht mit Feuer angestellt. Das stimmt. Ja, hier sind, glaube ich, welche. Okay. Ich habe die Hundezwinge gehört und die haben da Feuer angeworfen. Ah. Ja. Oh. Und von Nordwesten habe ich was... Die haben den Emulator getriggert auf dem Feld. Irgendwo da. Ja. Ja. Oh fuck. Du brennst. Hinter dir, Vorsicht! Ach so. Ja, ich bleib da mal stehen, lass die anfackeln und dann geh ich weg. Damit sie dir nicht nochmal einen Schlag geben können. Ja. Das stimmt. Ja. Ah, die sind da vorne. Ich höre die Steps. Weit weg? Nee. Hat aus dem Gelände gegangen. Hat sich's angehört. Oh fuck. Ich habe schon einen Schuss abgekriegt. Das war verdammt knapp. Ich glaube, die sind da irgendwie im Haus. Aha. Wenn du den siehst... Oh. Einen hast du eigentlich. Ja, aber er mich auch. Der andere ist im Haus. Oh. Oh. Aah. Nochmal markieren, wo du ihn gekillt hast. Ne, ich hab ihn noch nicht gekillt. Am einen, er ist gestorben. Echt? Ja. Also da, wo du ihn geschossen hast. Schießt du? Ja. Hast du den? Ja. Nein, ist keiner mehr da. Und den hab ich getötet, ja? Ja, da wo du ihn geschossen hast. Weil ich hab gehört, der ist ungefähr... Oha, der hat einen Spectre Compact und eine Musi. Eine Musi mit Skin. Hast du die Leiche schon gesehen? Ja, also den ich gekillt hab da. Aber wo du ihn geschossen hast. Hm, na... Hier liegt einer. Ja, den hast du erwischt. Aber guck mal, der hat ein Label dabei. Was hat der ein Label? Hm. Der andere hat eine schicke Musi dabei. Wo ist der andere? Ach, hier vorne. Direkt vor ihm. Ich muss sagen, gerne. Boah. Also das Gewehr nehme ich. Da lasse ich mich jetzt nicht lumpen. Die ist ja wirklich nice. So, wo wollen wir hin? Ähm... Einfach so Kieche. Okay. Kann nicht. Mal weiter. Oh, da sind welche auf dem Turm. Ich hab einen. Sehr schön. Ich hab's ja richtig auf. Aber er hat mir ordentlich eine reingezwitcht. Oh, da ist einer mit einer Armbrust noch. Scheiße, der ist jetzt bei mir. Fuck. Schau auf, der hat er bohren einen. Ey, Mist. Ich hab keinen Blutungsschein gehabt. Wo ist der? Treppe runter? Ich glaube nicht. Ich glaub der ist da rechts irgendwo. War der hinter der Mauer oder vor dir sozusagen? Warum? Der war ein paar Meter vor dir und hat halt runter geschossen zu mir. Schleichbar gewesen, oder? Oh, fuck. Nein, nicht mich. Nicht mich, ihr Idioten. Dummes Viehzeug. Lass mich in Ruhe. Guck. Es kommt immer noch, oder? Ne, jetzt sind sie weg. Ich gucke auch mal auf den Turm, ob er vielleicht sein Maid wieder aufhören will. Ja. Du hast ne gekillt. Bei der ganz oben, oder? Da, wo ich jetzt hin, bis hier. Da an dem Fenster. Aber an der Nähe scheint er ja nicht zu sein. Ja. Sonst würde der Hinweis ja eine rote Säule an. Ja. Dann würde ich gerne mal wissen, wie weit der Radius reicht. Sonst könnte ich zu dir rennen und dich aufheben. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass er da runter gerannt ist. Fackelt er dich an? Ne. Ja. Aber anscheinend ist er doch da. Ja, der wollte mich anfangen. Loll. Wenn ich meine Leiche angucke, sehe ich Flammen. Aber bei mir ist keine Kaffel, dass die Altwege voll in den Balken brennen. Ich bin da. Ich bin da. Scheiße. Oh, renn doch. Renn doch, renn. Er war doch unten, der Sack. Warte mal. Spritze. Was ist bei uns? Ey, was ist dein Wichser? Spreng doch weg mit der Armbrust. Ich will mich erst nochmal heim. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe schon ein Wichser. Ich bin da. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Naja, die Schuhe steckt ihr denn jetzt? Hm. Boah, du hast so eine Katze im Neusaktion. Ja. Obst, vielleicht hörst du ja seine Steps. Klauptaster. Ich glaube, der sitzt wieder bei meiner Leiche. Oh, der ist wieder runtergerannt. Mhm. Ey. So schnell kann man sich gar nicht wegdrehen. Nee. Mist. Hast du dich grad selbst geflasht? Ja. Ja. Da war er. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Aber ey, ich hab den mit der. Ja. Ich hab sie sehen. Ey, ich hab den voll erwischt. Hm. Und der bleibt einfach stehen. Wir haben ja irgendwo ein Medipack. Ein kostenloses. Wann nur direkt zum Boss oder jetzt noch die anderen Hinweise ansagen? Ähm. Na direkt zum Boss, ja. Okay. Na hier ist ne Munition. Soll ich schon mal ne Axt mitnehmen? Ich hab schnell ne Axt gesehen. Ja, kannst du mitnehmen. Muss ich mal kurz raus. Ich glaub die lag hier auf der Treppe, wenn ich mich nicht irre. Bevor wir nachher wieder ewig suchen. Ja. Ich hab zu, auch noch was sagen. Hä? Ja. Du brauchst Spezial Munition für das Ding. Oh Mann. Schlecht wärs nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? 38 Minuten. Schade, da kann man kein Achievement machen in der Zeit. Wenn wir noch einen anderen Boss machen wollen dann. Ja. Dann wird's eng. Hast du ne Axt gefunden? Ja. Ah, hier ist Spezial Munition. Axt. Axt! See you. Mach' ich eine Ausdauerspritze? Nee. Oh. Oh shit. Was denn? Hat er's dir gegeben? Ach, das ist der. Ich glaube auch schon. Oh, das war knapp. Hast du es gesehen? Ja? Ja. Nein. Ich muss mich erst mal verzeihen. Ja, ich muss mal kurz Ausdauer auftanken. So, jetzt. Oh nein. Oh shit. Wo ist er? Noch einen Schlag. Noch einen. Ja. Oh. Was macht hier drinnen auf einmal ein Grunt? Wie ist der da reingekommen? Gute Frage. Ja. Der futtert gerade an seinem Kollegen rum. Da kann ich behalten. Hast du was gesehen? Ja, nichts los. Okay. Dann können wir ja zur Spinne eilen. Ja. Was war das? Was war das? So, Beine abgehackt. Ich bin runtergekommen, da habe ich eine gefangen. War das von dir oder von der Tussi? Ich glaube von ihr. Ja. Oh. Aber es sei so gut, da ist es voll auf die Truss gesprungen. So, na dann rein ins Getümmel. Oh, die ist ja schon fast tot. Ach so, dann warte, dann kriegt sie mal eine mit der Hacker. Hey, was? Was ist mit der nicht? So. Das hatte ich noch nie das. Aber, aber so knapp. Also da. Ich hatte es ja schon knapp, aber so knapp war es noch nie. Ja. So, dann brauche ich meine Axt nicht mehr. Oh. 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 Wieso kann die Mosin hier eigentlich... 20? 25 Schuss tragen. Was meinst du mit der Mosin? Die hat 25 Schuss. Also ich habe noch 4 im Magazin. Und... Mit der Mosin. Normalerweise hast du doch plus 10 und 5 im Magazin, oder? Ja. 5 im Magazin und 10 zum Nachleihen. Hm. Mehr kannst du nicht nehmen. Also 5 im Magazin. Genau. Und hier habe ich... Kann ich das Magazin 5 mal... Kann ich es 5 mal voll haben. Kann ich es 5 mal voll haben. Mit der... Tja. Da holen wir unsere Plaketten und dann... 5 im Magazin, wo oben bei Port Vita weiß. Also fast gewonnen. Und dann... Am Anfang... Ich habe 3 Kids gemacht. Mein Name hat auch 3. Dann haben wir halt zu lange gewartet. Und dann wurden wir über den Haufen gerannt. Und danach gab es nur noch auf die Fresse. Und dann kam es nur noch auf die Fresse. so far. Und dann habe ich den Haufen gerannt.